Ja, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Dirt 4. Ich habe mir gerade mal so eine meine Gedanken gemacht, wie mache ich das jetzt am besten? Im Idealfall wollte ich eigentlich drei Folgen draus machen aus diesem Pokal. Das wird diesmal ein bisschen was mehr werden, das kann ich euch schon mal versprechen und ankündigen. Ja, wir haben heute, beziehungsweise diese Woche nur drei Folgen, also noch heute, morgen und übermorgen, am Freitag geht es dann endlich wieder weiter. Mit der Formel 1 auf meinem Kanal, nämlich mit der F1 2019, der Start in Australien. Jetzt sind wir erstmal zu Gast, aber in Wales, im historischen Europapokal, in der Historic Age 2, wie auch immer. Wir starten heute in POS in Wales, auf geht's. Ich weiß, wie es läuft, wie viele Kilometer sind jetzt, die erste Strecke wird ungefähr 10,5 Kilometer lang sein, das kann ich euch schon mal ankündigen. Und der Rest wird halt sowas größer sein. 10,4 Kilometer, genau wie ich das gesagt habe, die Climmarine-Farm. 39 Meter hoch, neulicher Schotter, mittlerer Schotter und die Uhrzeit ist 0,30. Wir stehen im Servicebereich und wollen natürlich hier, klar. Auf jeden Fall. Na ja, gucken wir mal, wie es läuft. Wir haben auf jeden Fall wieder ein paar Teamziele, nämlich die Fahrzeugplägerung. Wir sollen vier oder weniger haben. So, Wertusprüfung, nächstes wäre es, wenn es mindestens zwei, zwei, zwei Wertusprüfungen gibt. Ach, du Scheiße. Äh, da sind wir die Events, ja, doch, ah, wie schwierig werden. Ich hätte zwischenzeiten, da reiche 16, weil ich hätte zwischenzeiten, sollte machbar sein, genau so wie dem dritten Platz. Und die neun Sekunden müssen wir mal gucken, was schaffen. Ja, als zweite Wertusprüfung im Event, das sollten wir auch ohne Probleme eigentlich schaffen. Aber ob wir das alles andere schaffen, wissen wir noch nicht. Gucken wir einfach mal rein. So, zwei Reifen mitnehmen. Und wir gehen mal rein in den ersten Teil. Der Motor hatte eine Fehlzündung im Servicebereich. Das könnte sich bemerkbar machen. Na, hoffentlich nicht. So, die erste Führende, der gute Herr Alvarez mit 6 Minuten 55. Die sollten wir eigentlich wieder bieten können. Vier, drei, zwei, eins, los. Und dann ist Alpi in die Reno. Links sechs, durchsenke, rechts schneiden. Links sechs, durchsenke, links vier, überpuppe, durchsenke. Links sechs, mittig halten, überpuppe, durchdrucken. Links sechs, überpuppe, zwei, vier. Nicht schneiden, rechts fünf, links sechs, sechs. Ja, ganz sauber war das die Füße nicht. Rechts sechs, kummer, links sechs, durchsenke, nach sich. Kuppelsenke, rechts, sechs, rechts, vier. Da sind wir ein bisschen gewöhnen drin. Mittig halten, überpuppe, runter, links fünf, links drei, überpuppe, nicht schneiden, rechts sechs, überpuppe. Das ist ja foltertrieb. Durchdruck, runter, rechts sechs, links fünf, überpuppe. In der ersten Zwischenzeit haben wir 1,6, kummer. In links sechs, durchsenke. Da bin ich aber ein bisschen... Rechts fünf, durchsenke, links drei, sechzig, überwählen, Kuppe. In rechts sechs, rechts sechs, durchsenke, rechts vier, Kuppe. Vielleicht Sprung. Rechts sechs, überpuppe. Links sechs, Bandbekehre links, jeden halten. Rechts fünf, durchsenke, links vier, überpuppe. In links sechs, durchsenke, links vier, überpuppe. In links sechs, durchsenke, runter, links sechs, überpuppe. Links sechs, überpuppe. Rechts drei, links sechs, überpuppe. Durchdruck, 60 überpuppe. Rechts vier, wir wirklich überwählen, wechseln wir nicht momentan. Wir müssen halt sonst besonders strecken, 3 Sekunden noch mal, ich habe nur die Faktor. So, 4,3 mittlerweile der Vorsprung, also ein bisschen ausgebaut, haben wir wieder. Jetzt kommt wieder ein bisschen vor. Genau das hatte ich. Damit haben wir die scheiß Zeit, weil der genau zwischen zwei Bäumen festgegangen hat. Er ist auf jeden Fall wieder dran an uns. In links, 2, überpuppe, rechts, 4, lang, links, 5, überpuppe, rechts, 5, überpuppe, nicht schneiden, links, 4, lang, kuppe, rechts, 2, links, 5, 100, kuppe, sofort, rechts, 2, nicht schneiden, in links, 1. 5,7, also wir haben wieder ein bisschen was rausgegangen. So, 4,5, rechts, 1, 80, übermelden, sofort, um, verkehre, rechts, hinsen, rechts, 6, rechts, 5, überpuppe, links, 4, lang, kuppe, rechts, 2, Ich fahre mir an die Brautze gerade zusammen mit dem Auto. Rechts, 6, durchsenken, links, 6, rechts, 1, überpuppe, 60, rechts, 5, links, 4, in 90 Grad links, links, 3, rechts, 5, rechts, 5, rechts, 5, überpuppe, links, 4, lang, kuppe, rechts, 2, Hier die längste Strecke auf jeden Fall für, das ist klar für dieses Event vor allen Dingen. Rechts, 6, durchsenken, links, 6, durchsenken, links, 6, links, 6, durchsenken, 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 links Rechts 3, in links 2, links 5, rechts halten, über Kuppe, links 6, in auf der Kehre rechts, landen, durchsenken, links 4, rechts 3, in links 2, links 6, über Kuppe. Definitiv nicht meins mit dem Fahrrad, also Autotrip. Rechts, innen, halten, rechts 6, rechts 2, links 3, rechts 4, in offener Kehle links, durchsenken, rechts 6, in rechts 6, in rechts 6, in rechts 6, links 6, links 5, rechts diamer Бог. Rechts 67, links 5, rechts halten, über Kuppe, links 6, in offener Kehle rechts, landen, durchschenken, links 4, rechts 6, links 7, rechts 5, rechts 6, rechts 7. Aber gute 14,5 Sekunden auf Vorsprung. Also wir sind auch gut dabei. Dann kann sich das mal richtig durch. Ja, Gott sei Dank haben wir das auch wieder gearbeitet. 50,9 waren es am Ende. Jetzt habe ich hier nochmal auf grün gesetzt. Aber wir haben es auf jeden Fall geholt. Das ist erstmal das Wichtigste. Hm. Naja. Naja. Nicht meins, aber wie gesagt, schon. Hab es auch ganz gefärbt. So, die nächste 6,31 Kilometer lang. Ihr seht gerade die Zeiten. Ah, ich gucke mal eine Limonade trinken. 5 Uhr Nebel. Ja, super. Super besser. So, aber wie gesagt, jetzt meistens die Strecke umfasst 4 Kilometer kürzer. Gut, aber jetzt 4 Kilometer kürzer als die Drei davor. Jetzt gibt es auch 6 Wertesprüfungen. Also ich überlege gerade, ob ich nicht einfach komplett alles plippen soll. Bei 4 Events. Einfach sagen 2, 2, 2, 2 und gut ist, dann haben wir nämlich, dann sind das nicht so, dann sind die A, die folgen nicht so lang und B. Ja, ich glaube, ich mache nichts, was die Leistung beeinträchtigt. Und wir machen nicht so auch wieder mehr. Weil der Zieler die Zeit von 10 Minuten haben will. Und dann ist das eben, ah. Wie meinst du jetzt liegen? Ah. Rechts 6, links 4. Rechts 3. Links 6, überpuppe. Rechts 6. In links 5. Und dann 10 Uhr fort. Rechts 6. Links 6. Durchsenke. Links 4. Überpuppe. Durchsenke. Links 6. Mittig halten, Überkuppe, rechts 6, 60, Durchsenke, links 3, rechts halten, Überwellen, Spritzwasser. Da wollte er wieder. Mittig halten, Überkuppe, 60, geht aufgerufen, Regier, 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 Regier. Er war befürchtet, worum es ist. 60 Durchsenke, links 3, Überkuppe, 80, rechts 6, links 5, Überkuppe, rechts 6, Kuppe, in links 6, Durchsenke. 80, Kuppe, senke, rechts 6, rechts 4, Überkuppe, durchsenke, mittig halten, Überkuppe, links 6, Durchsenke, links 4, Überkuppe, durchsenke. So was krass fliegen, das kann ja böse auch enden. Hm. Durchsenke. Links 6. Mittig halb. Überpuppe. Links 6. Überpuppe. Zwei. Überpuppe. Gefahrverwärts. Pass auf. Rechts 5. Links 6. Links 6. Überpuppe. Zwei. Überpuppe. Rechts 5. Links 6. Rechts 6. 60. Durchsenke. Links 3. Rechts halb. Überpuppe. Rechts 6. Durchsenke. Rechts 4. Überpuppe. Leitsprung. Nicht schneiden. Rechts 6. Überpuppe. Gas geben jetzt. Komm mal hier. Rechts 4. In offene Kehre. Links. Lang. Durchsenke. In rechts 6. Links. Halb. Überpuppe. Rechts 5. Rechts 2. Links 3. Rechts 4. In offene Kehre. Links. Lang. Durchsenke. In rechts 6. Links. Halb. Überpuppe. Rechts 5. Links 5. Nicht schneiden. Rechts 3. Überpuppe. So. 80. Links 6. Gleich ist aber okay. Auch nicht so so rein. Das hat es schon mal 4 momentan hervorragend. Rechts 6. Durchsenke. Rechts 4. Kuppe. Leitsprung. Nicht schneiden. Rechts 6. Überpuppe. In links 6. Durchsenke. Links 4. Überpuppe. In links 6. Durchsenke. Unter. Links. Halb. Überpuppe. Rechts 6. Durchsenke. In links 6. Rechts halb. Überpuppe. 60. Rechts 6. Durchsenke. Rechts 4. Kuppe. Leitsprung. Rechts 6. Überpuppe. Links 5. Rechts 4. Überpuppe. Links halb. Durchsenke. Rechts 2. Durchsenke. Ich würde mich wundern, wenn wir da nicht gut gehen. Das war mir klar. Meine sind 10,6 Sekunden. Naja. Das Ergebnis, das war unschlagbar. Naja. Trotzdem scheiße gefahren. Es war trotzdem nur Mist. Gut. Die ist jetzt 16 Kilometer, 17 Kilometer. Die anderen wären jetzt 19, irgendwas. Wahrscheinlich. Ich überlege gerade, ob ich hier nicht den Split setzen so. Einfach. Ja komm, den anfangen wir noch. Zumindest die Hälfte. Dann fahren wir weg und machen wir da den Split morgen. Ich habe 3 Kilometer oder was müssen wir fahren. 5,6 Kilometer. 5,6 Kilometer Rough Road Lake. Steht auf jeden Fall an. Jetzt. So, wir brauchen noch 4,2 Kilometer. Wir haben noch kein sauberes Event. Auf jeden Fall eine Bergung kann man momentan. Ja, weil wir eine Zeitstrafe geholt haben. Aber wie gesagt, wir müssen uns arbeiten. Das Auto ist trotz des Aussichts in gutem Zustand. Das ist wichtig. 3 Minuten 40 fährt er. 5,4,3,2,1, los. Let's go. 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 Der will aber auch immer wieder, ne? Let's go. Let's go. Let's go. Ich denke, wir haben sauberen Scheiß drauf. Guck mal, keine Dings. Ja, ich weiß. Sie haben eh genug. Die macht's wieder nicht aus. Ich hoffe, wir fahren erfolgreich diese Rallye hier durch. Let's go. Let's go. Links 6. Überpuppe. 2. Überpuppe. Rechts 5. Links 6. Links 6. Durchsenke. Links 4. Überpuppe. Durchsenke. Links 6. Mittig halten. Überpuppe. Runde. Links 5. Links 3. Überpuppe. Rechts 6. Überpuppe. 60. Rechts halten. Überpuppe. Links 3. Rechts 4. In links 6. 130. Überwenden. rechts. Rechts 6. Rechts 6. Rechts 5. Durchsenke. Links 3. Überpuppe. Links 3. 60. Überpuppe. In rechts 6. Links 5. Links 5. In links 6. Durchsenke. Links 4. Überpuppe. Nicht steil. In links 6. Durchsenke. Runde 50. Überwenden. Sofort. Offene Kehre. Rechts. Innen halten. Rechts 6. Links 6. Offene Kehre. Links. Innen halten. Aufnehmen. In links 6. Ich habe hier auch einen Mist zusammen. Ein bisschen. Rechts 5. Überwenden. Links 5. Rechts 6. Sext 6. Überwenden. Zum Hof. Offene Kehre. Rechts. Innen halten. Rechts 6. In links 6. Durchsenke. Links 4. Überpuppe. Lichtschneiden, in links 6, durchsäke, bunke, rechts 6, durchsäke, rechts 4, kuppeln, rechts 4, lachsprung, rechts 6, überboden. In links 6, durchsäke, links 4, überboden, links 6, durchsäke, bunke, links 6, überboden. Links 6, übernen, rechts 3, links 6, überboden. So, letzter ... Instant bis das否 verholtem. Link 6, kuppeln, senke, rechts 6, rechts schneiden, links 6, rechts 5, kuppeln, links 6, links 5. Nicht schneiden, links 6, 80, Kuppelsenke, rechts, 6, rechts 4, über Kuppel, durch Senke, mittig halten, über Kuppel, rechts halten, über Kuppel, links 3, nicht schneiden, rechts 4, in links 6, nicht schneiden, 60, 60, über Wettel. Eieiei, Eieiei. Rechts 6, links 6, durch Senke, links 4, über Kuppel, durch Senke, links 6, mittig halten, über Kuppel, 60, bis ziehen. Glück gehabt, ich bin voll vorbeigeflogen eigentlich an der Tafel. Wir sind 80,4 und alles grün. Und haben wir das auch erledigt. Supi. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut. Okay. Dann war das das heute. Und wir sehen uns morgen wieder mit dem restlichen Teil aus dieser Rallye.